wir können mal gucken also der hat dass er an die hp cavalry hat er er kriegt hp zurück nicht mp hp ist aber auch wenig 9 hp ist ein witz okay der kriegt hp zurück und keine mp den fisch chameleon wo sind wir jetzt nicht geil denn es ist voll wieder wie das erste jetzt mehr ist im grund ist der move auf stark lust der heileffekt ist halt sozusagen non existent im grunde lässt sich nicht gegen den buch ein irgendwas dagegen sorgen der kleine wichser nein scheiße ich würde nicht noch mal enthalten ich werde umtauschen ich werde weg mit der kacke Ich glaube die habe ich noch nicht so oft. Ich habe schon welche davon aufgemacht, das ist ganz klar. Oh krass vorbei. Einen wunderschönen gepflegten guten Abend. Nein theoretisch würde ich sagen ROM, aber ich habe das original da. Also man kann auch mit dem Playstation 2 Emulator original Playstation 2 Spiele auf dem PC spielen. Das geht. Ich habe das getestet, es funktioniert auch, aber das Laufwerk macht komisch Geräusche. Also ich habe das mit Need for Speed Underground 2 probiert und es klang so als wenn die CD fast kaputt geht. Möglich ist es auf jeden Fall. Und man muss auch anmerken, dass die original CD von Yadikun 2 weniger kostet als die 1, wenn man sich das organisieren möchte. Ich glaube die 2 kostet 20 Euro bei Ebay oder so. Und die 1 kostet Richtung 40, 50 Euro. Natürlich mit kompletten CD mit Booklet und alles gut dran. Ähm... Dieser kleine Wichser hat einen USB-VMP geklaut. Ähm ich sage es mal so, ich habe die 1 schon Let's Played auf dem Kanal. Vor mehreren Jahren. Und das war auch eine ROM. Also es geht auf jeden Fall. Ich will einen Playstation 2 Emulator, da brauchst du dann einen Playstation 1 Emulator. Aber es geht. Auf jeden Fall. Da muss man natürlich ein bisschen was einstellen und die ganzen... Ähm... Was... Wie ist das? Die ganzen Bios, die man sich dann zusammensuchen muss, dass das Spiel überhaupt wieder... Also dass das Spiel überhaupt funktioniert, ist ein bisschen nervig. Aber da muss man halt noch ein paar YouTube-Videos angucken. Okay. Let's do what two Beast Hunters do when they're alone. Ach stimmt, die Medaillen. Hm? What's that? Battle. Come on, here goes. Ach stimmt, die Medaillen. Come on, let's fight. So you wanna play with me? Hm. 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 Es ist auf jeden Fall machbar. Aber... Das ganze drum und dran... Das... Also das einstellen, dass das überhaupt funktionieren, ist ein bisschen nervig, aber... Hey, so impatient. Don't go out of turn. Ehhh... Boah, wenn hab ich das letzte Mal... Ich hab mich überlegen. Letzte Playstation 1 Spiel. Was war denn das? Dass ich letzte Blade habe... Du Scheiße. Okay. So ein Ding ist das also. Ne, das ist übst lange her, wo ich das letzte Playstation 1 Spiel gespielt habe. Auf jeden Fall. Aber da gibt's auf jeden Fall nicht so viele Probleme bei Menschen wie bei der 2. Hahaha. 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 Oh, Kass, ich hab die weggemacht. Oh, sorry. Ahhhh. Ahhhh. Attemaaaaaaah. So. So. Ah, ich bleibe einfach. Da könnt ihr ja nichts machen, großartig. Und der geht auch. Jeder greift ja nicht an direkt. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Heal. So. Also wir machen das grüner. Bin ich mal gespannt, welche Medaille ich kriege von denen. Wer wird auch direkt angreifen, mein Kleiner. Und gewonnen. So ist das manchmal. Nice. No, Medaille. Das ist erst die zweite? Oh my, you have collected lots. I'm so glad. I'll give you this too. Please treasure it. Well then, see you. Hast du das Ei jetzt mitgekriegt? Wie kannst du dir nur die zweite Medaille von denen haben? Ja, ich hab's mitgekriegt. Na ja. Na ja. Ich hab das Spiel durch. Das ist erst die zweite Medaille von denen. Mann. Justiz Fische. Klauen immer meine MP. Ja, zumindest kann er mich jetzt nicht berühren. Durch meine Barriere. Ja. Oh, der ist fast auf Max. Aber ich geh ja auch raus, wenn ich hier fertig hab. Das kann natürlich auch Sinn, dass wenn man die Höhe trainiert, wenn ich schluck, bin mir das nicht ganz sicher. Aber es kann sein. Man kann ja die Monsmittel-Fluften ja schon weiterentwickeln. Es kann ja auch sein, dass die halt, wenn du die halt weiterentwickelst, behalten die, glaube ich, fast ihre Stats von den Level ab. Von denen du das weiterentwickelst. Und wenn... Und wenn du dann rein theoretisch dasselbe Monster höher trainierst, also bis Level 20 müsste das Monster, also das reiche Monster wahrscheinlich stärker sein, als das, was du mit Level 15 schon entwickelt hast. Wenn du es bis Level 20 trainierst. Das müsste trotzdem gehen, oder? Nee. Barriere safe. Aber das ist so wieder eine steile These von mir. Das müsste man... Das müsste man testen. Ob das so ist. Rein theoretisch. Und... Bäm. Sie siegt. Ich tu mich so schnell heilen und ich hab auch Bücher, mit denen ich mich komplett heilen kann. Also... Bin ich auf das angewiesen? Ja gut, ich hab noch die MP-Bücher, mit denen ich mich auch komplett heilen kann. Aber... Soll ich gerne einen äußersten Notfall erst nehmen. Wenn nix mehr geht. Warum sind so viele Monster denn jetzt hier? Ist ja übelbelastend. Ja, der dicke Hasen hat, der schlägt zu. Oh, Level 5. Na nice. Ich glaube, der entwickelt sich dann erst Level 7, 8 und dann Level 10, 12. Also je nachdem. Alter, ein normaler Angriff. Unter 3 und... Also wirklich. Wirklich. Die Sachen. Wirklich, alle gut und böse. Ne, der macht insgesamt ein bisschen mehr als 150 Schaden und man kriegt 14 wieder zurück. Also... So nice ist das, ne? Muss man einfach sagen an der Stelle. So, dann halten wir uns mal wieder. Und wieder Feuer. So. 31 gekriegt. Also Leben wieder zurück. Können wir Sinn, dass der mehr Leben kriegt, wenn der ausgewählt ist? Sonst kriegt der ja nur 9 oder so. Und jetzt hat er eben 30 gekriegt. Hm, interessant. Das ist ein bisschen komisch, dass der quasi mehr MP zurückkriegt als HP. Find ich. Ja, eigentlich ist MP ja in dem Spiel wichtiger als HP. Im Sinne. Also im Grunde. Nein, bitte nicht ausangreifen, bitte. Och, Mann. Den hätte ich die ganzen HP-P schon gehabt gegen den Endboss. Den hätte ich richtig reingehört. Der wäre das nicht so gut ausgegangen für mich, auf jeden Fall. Also ich hätte trotzdem gewonnen, es hätte bloß länger gedauert. Auf jeden Fall. Und was? Mitte zurück, Waldpfanne. Ich muss gerade überlegen. Ich brauche noch den Schlüssel. Nee, habe ich nicht. Oder? Nee, den Schlüssel habe ich schon. Müsste was. Warte, ich kann sie einfach mal nehmen. Da braucht das eigentlich schneller, aber... Mh, Geld. Wutze. Na gut, Geld ist nicht so schlecht. So. Geld ist schon wichtig. Sonst kannst du deine Monster endouffleveln. Auf den höheren Stufen. Wenn du bedenkst, dass du 4800 brauchst, um eine S-Attacke denen quasi beizubringen. Und die Ability natürlich noch dazu. Also die, die du natürlich willst, dann brauchst. Gut, das ist ein Breitfeldbegriffen. Und das dann quasi mal 8. Eieieieieieiei. Da legst du unten durch Geld hin. Aber sowas von. Oh, entwickelt sich. Sehr schön. Ein kleiner Frosch. Das wäre natürlich auch interessant zu wissen. Die Stats wären von den gleichnamigen Monstern bloß in einer anderen Farbe. Das wäre natürlich auch interessant, herauszusetzen zu wissen. Ach ne, okay. Ich hab das Ende schon. Okay, okay, okay. Also ich hab den Schlüssel schon. Ach stimmt, das war ja in den einen Raum, wo ich gegen den Typen gekämpft hab. Stimmt. Fuck. Da wollte ich jetzt nicht reinrennen. Siehst du. Aber stimmt ja. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Auf jeden Fall. Und Sieg. hier rein wir wollen natürlich gucken ob wir irgendwas finden vielleicht noch ein Gegner oder irgendwas das wäre natürlich nice oder vielleicht eine Pflanze mit der ich mich komplett heilen kann wäre natürlich auch super oh so das sage ich nicht nein healing bug das war jetzt nicht das was ich geschafft habe wir haben alles verbunden jetzt können wir durchgehen durch die Pforte wir sind noch nicht beim Boss ich bin mal gespannt ob das wieder einfach so ein Boss Monster wird oder es ein Gegner wird vielleicht müssen wir auch gegen die menschliche Form von Q kämpfen kann ja auch sein abwarten so sind alle wieder voll einige Bücher kann man ja auch so verkaufen für gutes Geld bei der so viel wie die ganzen geilen Steine aber für ein bisschen was auf jeden Fall da ist das Mauerblatt ich bin natürlich erst die Barriere das liegt einfach nur der Randaschkenbocker lassen wir wieder die MP klauen ganz klar und die Mauer steht noch jetzt können wir angreifen komplett ich denke mir ist wichtig oder richtig so so der ist Max das ist ja der kommt ja wirklich na gut bei den Scheißer glaube ich gehe nicht vor rein so viel Verteidigung haben die ja ne und der Highmuffer ist ja auch komplett für ein Arsch aber komplett stimmt 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 so wir gehen rein hi Okay, er ist an Warten. Interessant. Jetzt sehen wir mehr. Fangbauen. Okay, wir gehen rein. Du kleiner Sack! Ey, dass er mir MP abgezogen hat, das finde ich nicht so schlimm. So. Oh, dass der so viel Leben abzieht, ist ein blöde Kacke. So, jetzt ist meine Barriere eh aktiv. Also, das war es eh. Massiv. Ich lasse mich hier die Heal Station rausholen. Der hat mir Genschen zugesetzt. Der kleine Boy. Muss ich sagen. Kann ich jetzt nicht so knorkeln. Okay, hier ist das Ende. Beziehungsweise ist der Ausgang. Och, nee. Der ist ja der... Die Unterstufe von denen. Ja, zumindest in Erinnerung ist besiegt. Die gehen rein. Sehr schön. Oh, Eker. Ey, wehe. So kleine Wichser. So kleine Wichser. Meine Maul steht eisenfest. Mein Junge. Der besiegt. So, jetzt habe ich erstmal mein Monster. Ich habe wieder seine MP zu drücken. Ich habe wieder seine MP zu drücken. Das muss man zugutehalten, würde ich sagen, an der Stelle. Damit kannst du auch wieder jemanden beleben. Los, dich im Kampf. Was halt jetzt Kampf ist. Oh, Dicki. Das wird jetzt anders scherbeln, auf jeden Fall. Scheiße. Das tut doch weniger, als ich gedacht hätte. Das ist ja Müll. Ich habe jetzt gedacht, das tut mir. Zum Glück habe ich den Gehalt, ey. Trotz ein riesiger Müll, dass der MP schon wieder zu weg ist. Das ist ja der UT, läuft jetzt nicht so weit. ich bleib erstmal drin um die mp wieder hoch zu haben von den ersten so während der meisten fan tue ich mit feuer angreifen warte mal kurz ich kann ja mal gucken was healing macht habe ich ja ein paar bücher jetzt eingesammelt so sind doch nur zwei alles aufgedeckt müssten wir dann können wir zum boss gehen würde ich sagen der boss stage okay ich habe doch noch nicht alles aufgedeckt so warte mal ich kann ja jetzt habe ich den jetzt habe ich alles aufgedeckt die zwei monster tun sich einfach im weg versperren sehr schön so jetzt gehen wir rein speichern ist wichtig und richtig speichern